Der Kfz-Meister Herbert Bernd Walter gründete 1976 in Freiberg einen Handwerksbetrieb zur Reparatur von Karosserien an allen gängigen Typen. Noch vor der deutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 unterschrieb Bernd Walter einen Händlervertrag mit Mazda, führte aber den Karosserie-Fachbetrieb für alle Fabrikate als freie Werkstatt weiter. Bereits ein Jahr später unterstützte Sohn Jens das Familienunternehmen und 1994 konnte endlich an eine Erweiterung des Betriebes gedacht werden. Es folgte der erste Spatenstich für das neue Autohaus als Vollservicebetrieb am heutigen Standort im Gewerbegebiet Amroth-Vorwerk. Am 1. August 2015 übernahm Jens Walter die Firma seines Vaters. Der Kraftfahrzeug-Technikermeister und Betriebswirt versorgt das mittlerweile 40 Jahre alte Unternehmen nun mit frischem Schwung. Wir als Autowalter bieten den Vollservice rund um ihre Mobilität. Mit unserem 24-Stunden-Einsatzbereiten Abschleppdienst, dem Karosserien-Lack-Zentrum, dem Mazda-Vollservice und natürlich auch der Waschanlage mit den Stema-Anhängern sind wir ihr perfekter Partner, wenn es ums Auto geht. Neben dem Verkauf von Mazda-Neufahrzeugen und Gebrauchtwagen bietet Ihnen Autowalter die verschiedensten Serviceleistungen rund um Ihr Auto, egal welche Marke. Als Partnerwerkstatt im Schadensmanagement ist Autowalter auch Ansprechpartner führender Kfz-Versicherer. Die Huckoburg, die Allianz-Versicherung, die DEVK, VHV und R&V sind nur einige der 120 Vertragsversicherungen. Unfallschäden, gleich welche Art, werden professionell und zügig in geprüfter Qualität instand gesetzt und beseitigt. Garantiert mit Originalteilen der jeweiligen Fahrzeugmarke und mit Lackierung im eigenen Haus. Diese hohe Qualität garantiert Autowalter als Euro-Garant zertifizierter Karosserie-Fachbetrieb. Das Unternehmen wird regelmäßig von der DEKRA als Fachbetrieb für Unfallinstandsetzung zertifiziert. Zum Angebot zählen Lackierung, Unfallinstandsetzung und Wartung. Von Fahrzeugpflege, Beschriftung, Leihwagen bis hin zur Schadensabwicklung. Der direkte Weg zum Karosserie- und Lackzentrum von Autowalter verbindet höchste Qualität mit kostengünstiger Dienstleistung rund um Ihr Fahrzeug. Autowalter betreibt weiterhin einen rund um die Uhr einsatzbereiten Pannen-, Abschlepp- und Bergungsdienst und das seit 2007 auch im Auftrag des ADAC. Der Abschleppdienst steht natürlich auch für Nicht-ADAC-Mitglieder zur Verfügung. Autowalter setzt immer auf moderne Technik und Know-how. Eines der modernsten und leistungsstärksten Bergungsfahrzeuge, ein MAN 18-Tonner, steht bei Autowalter bereit. Damit sind nun auch die schwierigsten Bergungen ein Kinderspiel. Eine neue Textil-Autowaschanlage für PKW und Hochdachtransporter steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Diese moderne Anlage mit dem Schein-Expressgang zaubert Ihrem Auto verlorengeglaubten Glanz schnell wieder her. Im Haus befindet sich auch eine Agentur der Sixt-Auto-Vermietung. PKWs neuste Modelle vom Smart bis hin zur Luxuslimousine, zum Beispiel für einen Trip am Wochenende oder auch im Einweg zum Flughafen. Unfallersatzwagen und der Hol- und Bringservice runden diese umfassenden Leistungen ab. Modernste Reparaturmethoden versprechen höchste Qualität zum besten Preis. Mit dem neuen und in der Region einzigartigen Miracle-System werden Dellen, Beulen und großflächige Beschädigungen an Kraftfahrzeugen und Transportern absolut fachgerecht instand gesetzt. Miracle ist ein weltweit einzigartiges Reparaturkonzept für die Instandsetzung von Schäden an der Karosserie-Außenhaut. Dadurch sparen Karosserie- und Lackprofis bei der Reparatur viel Zeit, Material und die Kosten für ein Neuteil. Neu bei Autowalter ist das Anhängerzentrum. Hier stehen Ihnen PKW-Anhänger der Marke Stema zum Verkauf und Verleih zur Verfügung. Inklusive des kompletten Service Autowalter ist auch anerkannter Ausbildungsbetrieb der Handwerkskammer Chemnitz. Wir bieten unter anderem Ausbildungsstellen im Bereich Kfz-Mechatroniker, Karosserie- und Fahrzeugbauer, Autolackierer und Automobilkaufmann bzw. Frau. Derzeit haben wir sechs Auszubildende bei uns beschäftigt und sorgen dafür, dass diese sechs Auszubildenden ihr Ausbildungsziel natürlich auch erreichen. Also ich bin jetzt hier im vierten Lehrjahr Auszubildender im Bereich Kfz-Mechatronik und das war auch mein Wunsch hier Ausbildung zu machen. Und die Lehre hier gefällt mir sehr gut und auch die Mitarbeit mit den Kollegen ist sehr gut. Also ich mache eine Ausbildung zur Fahrzeuglackiererin und die Ausbildung macht mir auch ganz viel Spaß, weil es ist eigentlich auch ein Traumberuf von mir. Und ja, der Betrieb hat es mir möglich gemacht, die Ausbildung zu machen und ich muss sagen, das Kollegium hier ist echt spitze. Wenn du Lust hast, hier bei uns deine Ausbildung zu machen, dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung.